jede menge jetzt wenn ihr denkt dass ich mich unter hallo hallo meine frage das könnte angst nachts nachts ja es ist halt aber dienst der nur tagsüber arbeit ist auch irgendwie doch mal jetzt aber Rollstuhl! 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 Jetzt bin ich jetzt mein Masseverkehr, mach ich nicht. Oh, da treibst du ihn nicht mehr so. Ne, die muss ich nicht mehr so. Das ist schon ein Barsch. Ich weiß schon gar nicht, ob ich das bitte haben. Jetzt hab ich schon eine Rotzange im Krieg immer noch kein Forscher. Gahs. Und die Tabisier. Hättet ihr gedacht, dass wir eine große Fishing-Session einsetzen? Wenn ihr das schlimm findet in einer Folge. Brothaar. Hätt' ich vorgemacht, diese fünf Folgen am Stück. Wisst ihr, wie's mir dabei geht? Können wir dich gar nicht vorstellen. Ich werde mich deprimieren. Ja. Nicht, dass ihr denkt, dass mich das aufregen würde. Ach was. Ich bin da ganz gelassen. Steht ihr? Musst doch mal locker machen bei sowas. Habe ich den Schluck auf Gras mit dem Sonnen? Ach nein. Nein. Warum denn? Hör hier mal fest. Lasst uns gut munter sein. Ich angle bitte hier reinwerfen. Es ist überall Sumpf. Und es gibt für mich nur eine Stelle, an der ich angeln kann. God. Das ist einer der Gründe, warum ich Angel-Fähigkeiten in solchen Spielen dann eigentlich irgendwann irgendwie blödsinnig finde. Weil, ist halt dann irgendwann ein bisschen merkwürdig. Warum angeln, wenn ich dort wo war's aus? Oder im Nachbarsteig, ist mir egal. Hauptsache angeln. Ich auch. Wir sind da drüben dran, eh. Gott. Geh, go. Ich komme irgendwie ran. Gott. Wieder ein billiger Strauch im Weg. Du musst dein Eisen mitnehmen, dein Jofi Eisen ist mir egal. Ich heiße mir egal. Sagt mir die, dass das bei der alten Zombiefeld ist. Ich trägt dein Rad. Doch, ne von da komm ich auch nicht hin, also noch mal, ich muss wirklich ein bisschen hinter der Ecke oder? So und die höchste Chance ist natürlich nachts, hab ich das richtig gesehen? Guck mal, 50% Chance auf irgendwas, ich krieg das andere. Dann hab ich nichts mehr um meine Energie hochzuholen, die müssen wir nach Hause. Das wird eine sehr lange, sehr spannende Folge. Und wer ist Kanzlerkandidat zu dem Zeitpunkt dieses Videos? Für mich ist ja noch Dezember 2020. Lass mich gerne unterhalten. Ich hab die SPD noch zum Zeitpunkt da veröffentlichen diese Videos. Ich muss meine Fragen suchen. Kriegs Aal auch noch. Das war etwas, dass wir uns steinch motivieren. ор Flag. Kratze Jetzt muss es ein Frosch sein, ich muss ihn also nur noch kriegen und nach Hause fertig. Kann ich die anderen Frosche einstecken? Nein, hab ich nicht viel Geld nach Hause. Oh mein Gott, ist das anstrengend. Noch mehr, die wir untersuchen müssen, geht klar. Soll das nicht das Problem sein, wir genehmigen beten. Scheiß auf Schlaf. Schlaf ist was für weicher, ja. Wir sollten ein Gebet für mehr Glauben haben. Darf man das mal anzuzeigen? Das ist schon eine Woche, die wir halten. Das wissen wir doch alle. Gebt mir den wahren Glaube. Den wahren Glaube. Da, 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 da. Nein, die. Nehmen wir noch zwei, oder? Ja, zwei von vier. Deswegen nehmen wir die. Oh, Schlauwe. So, jetzt haben wir die Kerze. Muss es in Zukunft auf die herkömmliche Automat gehen. Wunderschneues eingepflanzt. Was ich euch schon immer mal sagen wollte. Frösche angeln ist schwer. Unsere Kirche klasse. Bedenkt, Frösche angeln mal nicht. Einfach so. One doesn't simply not erforschen. Ey, was? Was? Lasst uns um den Segen beten. Fixen. Jetzt lass den Glauben über mich niederfließen. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Ich hätte gern mehr davon. Ich würde vor allem mal regelmäßig hochgehen und die Dinger ernten, ne? Wenn ich schon da oben Bienen mache. Ja, macht Platz. Ich hab's eilig. Danke. So, 466. Wunderbar. Hoch. Ich glaube, wir können hier lassen. Interessiert mich gar nicht. Äh, die einfachen halten wir mal mit. Das Gebet nicht. Danke. Aber sonst können wir gleich mal hier irgendwo reinstopfen. 60 Glauben. Ja. Das heißt, wir haben 53 Glauben gekriegt. 7 hatten wir vorher schon hier so dran. Das ist nicht wenig. Wahrlich nicht. Oh, irgendwas, das wir noch nicht untersucht haben, ne? Gött. Achja, ich wollte eigentlich jemanden in der Skillbox herstellen, ne? Der bringt heute nichts. Ich gehe vollkommen so in das Umweg, schleiche ich grad fast. Unsere Kollegin vom Dienst, wo ist sie denn? Das können wir auch so. Vor allem, wo hab ich jetzt die, ich wollte grad sagen, hab ich jetzt die verdammten Dinger nicht mehr. Dann wär ich aber jetzt wirklich geflippt. Geflippt, versteht ihr? Geflippt. Ich will die Schicht einstecken, die ich nicht brauche und ganz, ganz viele lustige Fische. Das ist mal gut, dass ihr wieder ausgerüstet. Dankeschön. Weg, weg, weg. Bevor ich einen Anfall kriege. Muffin, Muffin, Muffins. Oh, wir haben die Lasagne. Immer kurz, ich kann auch nicht, warte jetzt. Jetzt aber weinen, damit wir Klasse nicht lassen. Kann ich das diskutieren. Bin ich zweimal, bin ich ja doppelt so schnell. Beschleunigungstrank geht dir noch. Beschleunigungstrank Stufe 2, 3, 4. Boopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop es ist noch Tag. Bleib wo du bist. Wenn dir dein Leben lieb ist. Ich muss erstmal den Pilz einsammeln. Sonst? Äh. Habe ich jetzt wirklich vergessen die... Braucht ich die überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Oder haben wir das schon gemacht? Das kann doch gar nicht sein. Wahrscheinlich gucken einige geradezu und denken sich was macht der für ein Blödsinn? Das verstehe ich nicht. Hat er doch alles schon. Ist der bei Hammer? Was spinnt mir denn denn? Ich glaube der ist betrogen. Ich glaube der ist jetzt nicht dass die irgendwo... Klasse, klasse, klasse. Jetzt ist die alte Ehe weg. Gott! Ich trete. Durch. Ich würde durchdrehen. Ich mache den Nerven der Seite. Steinbruch? Nein. Hatten wir alles. Farm hatten ja eigentlich mehr oder weniger auch alles. Vielleicht kann man die Weizenmaschine stellen weil oben beim Wein hatten wir auch alles. Der Typ läuft ja sowieso hin und her wie blöder. Ich glaube so ist jetzt zu spät. Warum muss ich das so ablegen müssen umwind? Glauben gibt es immer wieder. N-PCs. Was mussten wir denn da machen? N-PCs. Was mussten wir denn da machen? Komme ich vielleicht schon ein Parfüm? Wer wollte diese Drecksfische? Habe ich schon vergessen. Stimmt wieder irgendjemand anders. Egal. Morgen ist Frau-Anmut-Tag, können wir hier mit der Reben gehen. Daniel ist erfahren und das müssen wir ja nicht mal alle durchziehen. Guck mal. Oh, wird das platzt ja? Guck mal. Danke. Aufp », auf, auf, auf. Mein Gott. Okay. Da sind wir hier reserved. So, ähm, noch irgendwas, das wir unbedingt noch fertig machen wollten? Ist abgesehen davon, dass wir den Schnaps immer in den Traum und gar nicht wissen wieso. Woher der kommt, woher der geht. Pass auf ihn, was du. Mal ein bisschen Platz. Mal was man das kann sammeln. Ich weiß ja nie wofür. So, das sieht nicht aus, was ich nicht rein. Zack. Lauf mir nicht schon in die Arme, wenn ich gerade mache. So, das war ja so ein Lug-Schnaps weiter, ne? Jetzt sehen die langsam mal ein bisschen. So. Jetzt muss ich bis der Kollege weg ist. So, danke. La-sa-han-ja. Habe ich noch Silber, damit da wieder ein Ding frei kommt. Gah, ich werde gerade nicht. Ich lass mich. Das ist ein Streit. Für irgendjemand, aus irgendeinem Grund ist das ein Streit. So, hier hatten wir die Burger. Richtig. Jetzt sind wir noch mal Burger und fertig. Fress mal nicht mal. Jetzt können wir schlafen und beenden diese Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme-Massession. Mann, 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 so lange wollte ich das gar nicht mehr machen Bis dahin, Xen out